Hallo, du hast Zimmer 316. Rebecca, deine Mitbewohnerin. Hi, ich bin Sarah. Bleib dir aus, was du willst. Ich hab mir immer eine Schwester gewünscht. Ich zeig dir die Stadt. Was nimmst du? Pancakes. Die hätte ich auch genommen. Oh, welchen Namen geben wir ihr? Wirklich? Aber das bleibt unser Geheimnis. Kommt ihr mit in Seven Grands? Und wie kommen wir da rein? Wir sind heiß. Hast du gesehen, wie der Typ dich gecheckt hat? Ich bin ihre einzige Freundin? Das ist dein Zuhause? Das war nie ein Zuhause, als ich hier lebte. Rebecca macht einen guten Eindruck. Einen guten Eindruck? Nimmt sie ihre Medikamente? Medikamente? Rebecca. Irgendwas stimmt mit deiner Mitbewohnerin nicht. Wem meinst du das? Hallo? Du hast einen schlechten Einfluss auf sie. Ich hab dich beschützt. Was hast du ihnen angetan? Ich bin sie alle laut geworden. Sie gehören alle mir. Sarah. Es können die Gans von Falen beginnen. Sarah. Sarah? Sarah! Untertitelung des ZDF, 2020